Das ist es. Wieso bin ich da selber nicht drauf gekommen? Sie wickelt ihre Stirnfranzen in einen Lockenwickler ein und dann diese Nudel durch. Und dann wie gewohnt die Nudel verwenden. Genial! Wir probieren das jetzt auch. Zuerst föhne ich meine Haare ein bisschen an. Jetzt sind sie noch so ein bisschen feucht. Wenn sie zu nass sind, dann trocknen meine Haare nicht. Das Problem hatte ich schon mal und da war alles umsonst. Wir nehmen jetzt meinen Pony und so einen Lockenwickler. Und wickeln das jetzt schön ein. Also ich glaube, das hat sogar ganz gut funktioniert. Seid ihr bereit für die Nudel? Die Nudel stecken wir jetzt hier durch. Perfekt. Und die restlichen Haare werden jetzt wie gewohnt wieder um die Nudel rumgewickelt. Ich habe die Nudel jetzt schon so oft verwendet. Ich bin schon ein richtiger Profi. Aber ich wusste halt nie, was ich mit meinem Pony machen soll. Das heißt, wenn es jetzt funktioniert, dann ist es ein Game Changer. Noch mit dem Scrunchy gut befestigen. Und ich bin fertig. Es hat einfach 10 Minuten gedauert. Ich gehe jetzt damit schlafen und morgen sehen wir das Ergebnis. Bis aber nicht. Bis dann.